Wir lernen in unserem Club, wie wir alle Reden halten, wie sie strukturieren, wie wir die Stimme ansetzen, unsere Körper besser zur Geltung machen. Ich will dir in meinem Workshop etwas ganz anderes beibringen. Ich will bei uns, der Redner oder die Rednerin, bleiben. Welche Soft Skills, welche Kompetenzen nutzen wir, wenn wir reden? Wie kann man die Soft Skills identifizieren und aktivieren? Das ist ein total spannendes Thema und ich freue mich, dass wir dann in Duisburg miteinander darüber nachdenken, welche Kompetenzen und Ressourcen können wir bewusst einsetzen. Also, komm mit in Duisburg. Wir machen dann eine Stunde Theorie und Übungen. Und ich bin Corinne aus dem Karlsruhe Rederclub. Ich bin DTM und freue mich sehr auf Dich. Ich bin schon seit 2013 dabei. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.